So, und jetzt muss ich hier nochmal runter. Alles klar. Das hat auch gestimmt. Beziehungsweise ich muss den nochmal sogar wegmachen. Ich muss an diese MFE nämlich gleich rankommen. Das heißt, ich brauche jetzt gleich... ...wieder Gabel, Gabel, Gabel. Kennt mir ja nicht anders. Oh, wow, drei Stück habe ich noch. Ich bin mal gespannt, wann ich zu viel habe, statt zu wenig. Äh, ja. Der Maserator müsste jetzt auf jeden Fall das Gold-Dust durchhaben. Oh, Wrench. Okay. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall hier nochmal Kabel. Zwei. Noch einen, komm. Dann habe ich jetzt wieder vier. Nochmal vier. Und das ist die Wiremill. Okay. Und ihr seht gerade, wie in einem Rausch die Diamanten da vorbeihüben. Aber wie gesagt, ich möchte das Ding da drüben nur einmal anschließen. Und wie gesagt, äh, die Thermal-Generatoren sind das allerletzte, was angeschlossen werden. Also das heißt, es kommen erst alle Upgrades rein, dass die 128 vertragen, weil sonst macht es Boom. Boom. Gut. Äh, was wollte ich noch machen? Ach genau, ich brauche jetzt, ähm, diese Card. Und zwar die, die, die Counter. Okay. Mittlerweile fressen die so viel Strom, dass der nicht mehr hinterherkommt. Cool. Ähm, ja. Äh, ja. Energy, Energy. Schauen wir mal nach Energy. 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 Äh, Sensor-Kit. Genau. Das heißt, ich brauche jetzt ein Circuit. Ich weiß, 8. 16. Ihr habt es richtig gehört. Ich brauche jetzt 16 Circuits. Das Problem ist, mir ist gerade ein Gummi ausgegangen. So, tun wir dich mal weg. Nur das Problem ist, wenn ich jetzt mit denen da arbeite, äh, die sind so asch langsam. Einen habe ich noch. Äh, Gott, ich brauche nur noch 15. Äh, die müssen alle weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe leider viel zu wenig davon. Das heißt, jetzt, ich muss mal darüber. Und, ähm, ähm, ich werde jetzt gleich etwas Knochen mitnehmen. Die werde ich nicht mal durch den Pulverlacer hauen. Damit ist zu blöd. Und ich glaube, da sind Saplings drin. Und ich habe sieben Stück davon. Wow. So, und dann heißt es jetzt wirklich. So, 1, 2. Ich könnte es auch mit der Staufel machen. Geht es ein wenig schneller. Wow, äh, ich bin ja mal begeistert. So, kommst du wieder weg. Das ging jetzt schneller, als, äh, ich ihn gepflanzt habe. Gut, das heißt, jetzt haben wir dann hier 3. Jetzt hoffe ich nur, dass dieser schön hübsche Baum dann. 1, 2, 3. Auch die nötigen Gummiteile dran hat. Sonst schaue ich nämlich dumm. Und momentan schaut es gut aus, dass ich dumm gucke. Oh, da ist einer. Na, klasse. Hervorragend. Gut, ähm, das heißt, ich mache jetzt dann in die Richtung nochmal 1, 2, 3. So, und dann muss ich mit 1, 2, 3. So. Ja, klasse. Mach halt wieder einen Scheiß. Ähm, bevor ich mich jetzt dann aber hinlege. Ähm, nochmal in mein Häuschen. Okay, äh, ich vermute, ich baue jetzt gleich das da, das da, und 4 davon. Okay, dann heißt es jetzt Tree. Ein Electric Tree Trap. Das heißt, ich brauche noch, ah, 3 Stahlplatten. So, die waren jetzt so und so. Und dann war, glaube ich, so und so. Jawoll. Cool. So, dann machen wir gleich die elektrische Ups, die elektrische, äh, Variante davon. Und dann heißt es wieder ab in die, ab ins Bettchen. Dass da unsere Bäumchen wachsen. Gute Nacht. Oh. Na, da brennt er da draußen, der Jung. Na du. Gib da Hirn her. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Oh. Da ist Lehm. Lehm brauchen wir. Müssen wir abbauen. So, merkt man schon fast immer, dass da was war. So, und dann fragen wir mal. Aha. Cool. So, dass der nicht auf blöde Gedanken kommt, dass der dann doch noch daher will. Und ich auch. So. Na komm. Dann machen wir auch nicht. Dann halt nicht. Dann rutscht man den Buckel runter. So. Okay, ich kann noch einen nach oben. Habe ich aus der Sinne eine Schere dabei? Nö. Na egal. 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 Oh, Dedicate doch. Na, ist ja was. Habe ich halt hier einen Stängel, wird stehen. Mir auch egal. Oh. Ähm. So, da sind gleich zwei übereinander. Das ist doch auch von Vorteil. Okay. Okay. Den habe ich schon geerntet. Der wird mir, das wird jetzt dann der erste sein, der wo man was hustet. Okay, dafür habe ich drei Sapling gekriegt. Auch nicht schlecht. So, aber die Axt habe ich nicht dabei. Gut. Dann hätte ich gesagt, mit den zwölf Stück. Das heißt, ich habe Nummer 36. Wieder zurück ans Werk. Wir möchten ja fertig werden. Äh, du musst da rein. Äh, ich habe jetzt zehn Stück. Äh, ja. Ich habe jetzt zehn Stück. Ich brauche nur sechs. Aber ich habe jetzt nochmal anbraucht für den Tree Tab. Das heißt, die brauchen wir nochmal an. Ähm, äh, die Kabel reichen nur wieder, äh, nur wieder nicht. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Äh, ich brauche jetzt noch, äh, 30 Stück. Hä? Zehn Stück habe ich. Haha. Könnte aufgehen. Könnte. So, in der Zeit gehe ich halt mal schnell zu dem, äh, hole mal Axt und begrüße den Baum da hinten. Äh, ja. Ich blindfisch habe sie doch dabei gehabt. Naja. Man muss nicht alles sehen. So, der ist gleich wieder gewachsen. Das heißt, ich habe gleich wieder drei gekriegt. Der nicht. Und der, und da war der, der Sensenmann. Wiedersehen. So, ich muss jetzt nur dran denken, dass ich da nochmal vorbeikomme. Naja, dass die mir nochmal so ein Säpling runterschmeißt. Ah, ab, nach, ab, ab. Zum Bauen. So, und vor allem, ihr seht es ja gerade, ähm, wie viel Aufwand das ist. Äh, ja. Nur, die Sachen zu bauen. Damit wir, äh, die Maschinen bauen können. Ist doch auch super. So, das heißt jetzt eins, zwei. Und ich brauche wieder Kupfer. Und ich habe mal Bedenken gehabt, dass das, dass ich zu, äh, achso, ne, Kupfer habe ich immer zu, äh, zu wenig gehabt. Äh, sind zu viel. Aber, sobald ich mit den Zellen anfangen muss, hehehe. Dann ist es vorbei. Ich brauche Empty Sau. Ich will mal wissen. Kann ich dich eigentlich auch anders bauen? Oh Gott. Äh, äh, ja, in der Assembling Maschine. Nur mit einem. So. So. So, dann hätte ich gesagt, machen wir gleich mal, lassen wir sie gleich beide laufen. Nur, wofür kriege ich ihn da eigentlich raus? Ja, da sind es jetzt acht und da sind es dann zwei. Also, das heißt, äh, da hätte ich jetzt auch keinen, habe ich jetzt keinen Vorteil. Nur, dass ich halt, äh, ja. An Blödsinn der Herr rät. Gut. Dann hätte ich gesagt, äh, machen wir nochmal Kabel. So, 14 und 15. Ich glaube, ich habe aber gesagt, ich brauche 16. Gut. Ähm, das heißt, ich brauche Energy. Okay. Ja. Und das Wichtigste, ich brauche Papier. Ja, vor allem hervorragend. Ich habe das Papier hier nie angepflanzt. Äh, äh. Äh. Aber ich glaube, ich habe immer wieder mal was gepflückt. Ja. Dass ich da irgendwas haben könnte. Das heißt, ich brauche jetzt hier nämlich auch. 16 Stück. Jetzt habe ich halt 18, ey. Ist auch egal. Okay. Wieso brauche ich 16 Stück? Ich brauche 8. Nee. Okay. Ein verwirrter Geist. Äh, ja. Und ich glaube, ich brauche jetzt noch Eisen. War das nicht so rum? Nee, war es nicht. Das war bestimmt der Refined Iron. Ah, nee. Es war Kabel. Hahaha. Da fügt es, was ich so viel habe. Also nix. So. 8 und ich habe 8. Und ich habe 8. Oh Gott. Oh mein Gott. So. Äh. 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 Ich habe ein paar. Äh. Äh. Ja. Mir fehlt 2, 4, 6, 7. Und das ist nochmal 8. So. Und ich schmeißen wir einfach mal jetzt da hin. Die räume ich da rein. Herst mal. Gut. Und die zweite Komponente ist die, ist der EU-Reader. Alles klar. Und tschüss Kabel. Äh. Hier. Danke. Das heißt, ich kann mir gerade mal 2 machen. Und dann brauche ich mal wieder. Oh, und Closedome war auch hier noch. Auch 8.